Was zuletzt geschah. Die Grunde GmbH ist sehr verzweigt. Überall Wege, die in komplett verschiedene Richtungen führen. Wir lernten von Jamjas, Banjo mit Hilfe des Rucksacks zu heilen. Damit konnten wir die große Schrottpresse überstehen und ein Puzzle gewinnen. In der zweiten Etage hatte Jamjas auch für Kazooie einen weiteren Move parat, mit welchem sie nun neue Höhen erreichen kann. Demonstrieren konnte man den Move an einem Jinjo. In der dritten Etage sind wir stehen geblieben und suchen heute einen Weg noch höher zu kommen und noch weiter voranzustreiten. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zu einer brandneuen Folge von Banjo-Tui. Wir verlassen jetzt den dritten Stock und wandern hier von außen nach oben noch mehr Stockwerke höher. Ja, in den vierten Stock. Schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Ja, wir hatten schon in der zweiten Etage das große Säurebecken. In der dritten Etage hatten wir den Lagerraum. Was erwartet uns nun hier? Sprungschuhe. Und wieder so komische Fässer. Viel konnten wir bisher in der Welt noch nicht anrichten. Wenn wir auch mal in die Statistik reingucken. Ich glaube, wir haben nicht mal... Doch ein einziges Präsental haben wir, glaube ich. Okay, zwei. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ich gucke schon in die komplette andere Richtung. Es fehlen noch zehn Noten, zwei Jinjos. Dafür haben wir aber alle Moves und zwei Cheeto-Seiten fehlen noch. Und eine Hohnenschwabe. Wir können da unten lang. Oder... Ja, wir müssen da unten lang. Hier ist wieder so eine verschlossene Tür, die nur fürs Personal ist. Übrigens, ich muss wahrscheinlich auch wieder oft aufstehen, weil alle vier Katzen hier bei mir drin sind. Und immer, wenn ich aufnehme, flüchten die alle. Wir wollen raus. So. Wo ist der Meister? Genau über mir. Ja. Und ein Schalter mit einer Flugplatte. Ah. Jetzt kommen wir auch aufs Dach rauf. Vielleicht zweimal. Übrigens, die Minjo-Farben, die können sich auch einfach beliebig ändern. Da war ja gerade der blaue Jinjo. Und beim letzten Mal... Ich weiß gar nicht, was für eine Farbe der beim letzten Mal hatte. Das hier ist jetzt auch wieder eine neue Aufnahmesession. Deshalb hoffe ich, dass ich jetzt noch alles weiß, was wir schon in den letzten Folgen gemacht haben. Aber ich habe die Folgen ja letzte Woche erst geschnitten. So. Oh Gott, hier ist eine riesige Presse. Trennplatten haben wir hier. Okay. Hier ist noch nix. Übrigens, beim letzten Mal waren wir ja in diesem Heizkesselraum. Mit dem, äh, Jinjo oben. Oh, Mumbo-Platte. Komm ich da durch? Ne, ich glaube nicht, ne? Selbst mit den goldenen Federn wird das nix. Dann war es das aber auch schon hier in der vierten Etage. Dann gehen wir mal raus und fliegen mal hoch. Weil scheinbar gibt es irgendwie fünf Etagen. Schade. Jetzt ist er wieder da. Ja, komm. So. Dann, äh, fliegen wir mal. So. Oh, 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 oh. Machen wir direkt mal auf. So, und wir gehen rein, schauen, was hier ist. Äh, genau. Und diesen Jinjo kann man sich tatsächlich auch mit den... Wo kommt das Licht her? Ach, das ist der Raum. Ah, meine Katze will raus, die erste. Ja, äh, und diesen Jinjo kann man sich auch mit den Zeitbomben-Eiern tatsächlich holen. Hätte ich das beim letzten Mal schon gewusst, hätte ich das eventuell auch gemacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt noch mehr Stellen, wo man sowas machen kann. So, jetzt muss ich gucken. Weil ich meine, hier oben war noch ein zweites Fenster. Auf der gleichen Seite, oder? Ich weiß es nicht. Ne. Da war... Ne, was ist hier denn? Das ist auch noch zu. Ja, sehr gut. So, und ich meine, hier müssen wir wieder so Schraubendinger haben. Genau, so eine Platte. Für... Ah, das Teil. Ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben. Beziehungsweise der Christian hat mir in die Kommentare geschrieben. Das hier ist eine seiner Lieblingswelten. Oder sogar seine Lieblingswelt. Ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, diese Welt und die nächste. Mag er besonders. Er hat einfach gesagt, er mag die Komplexität dieser Welt. Und das ist natürlich, ja, was einem gefallen kann. Oder was einen auch abschrecken kann. Tatsächlich muss ich sagen, ich mag die Welt auch mehr, als dass ich sie hasse. Also so schlimm finde ich die Welt jetzt eigentlich gar nicht. So. Und wir erinnern uns an das eine Schild. Guck mal hier. Ohne Schwabe kriege ich die im Fliegen. Na. Noch ein Versuch, noch ein Versuch. Ah. Schade. So, wir müssen nochmal fliegen. Denn beide Schornsteine beinhalten ja ein Geheimnis. Und da ist das Geheimnis von dem Schornstein. Flugplatte haben wir hier noch. Äh, Warplatte hier, aber die Flugplatte. So. Und dann machen wir das mal kaputt. Mit dem Sturzflug geht's kaputt. Hoffnung. Und zack. Und direkt schon rein. Und. Genau. Hier kommen wir tatsächlich zum Jinjo. Und es ist endlich der weiße Jinjo. Den es nur einmal gibt. Die weiße Jinjo-Familie ist vollständig. Der Arme. Und ganz alleine. So. Äh, genau. Ich kann euch das gerade noch zeigen. Ich hab das selber noch nie gemacht, aber ich probier's mal aus. Die Zeit nehm ich mir jetzt. Das klappt doch nicht. Ne, der Ding muss, wenn schon, nach oben landen. Vielleicht. Und hier. Ah, ne, ich glaub, der wär oben gelandet, oder? Warte, ich versuch's noch einmal. Ja. Okay. Ja, so kann man sich den Jinjo dann auch holen. Okay. Hab ich selber nicht gewusst. Hier kann ich auf jeden Fall noch ne Batterie hintun. Vielleicht sollte ich das auch gerade mal tun. Ja, ich mach das mal ganz kurz. Ähm. Wir haben ja irgendwo ne Batterie. Ne, bei Mumbo haben wir ne Batterie. Die hol ich mal ganz schnell. Wie komm ich denn mit Banjo hier hoch? War ich eigentlich da hinten? Warte mal, ich glaub nicht, ne? Hier oben ist auf jeden Fall noch ne Honig-Schwabe, glaub ich. Ich weiß grad nicht, ob ich die beim letzten Mal geholt hab oder nicht. Ne, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ich leide an Gedächtnisverlust. Gut, ähm, trennen. Gehre! Oh, der jo kommt jetzt mit. Er holt die Batterie. Und er glättet Kissen hinauf. Und er muss erstmal... zack betäubend war so kommt jetzt mit neben wie heißt das ding bat so es ist dieser bär der von twitch oder auch von youtube mal es kann sein wie soll es sein doch so soll er nicht sein so komm ich hier hoch ne wie komm ich mit venger jetzt hier hoch hier ja dass das sieht moment das kann doch nicht sein dass er da nicht hochkommt da oben da kommt ja auch nicht schön wie komme ich mit banjo hier lang hier kann ich auf jeden fall hochklettern und die nächste katze raus auch die nächsten beiden so wenn zumindest jetzt mal hier oben an die warte ich glaube das ist sogar richtig muss ich nämlich nur noch irgendwie hier rüber klettern und dann bin ich ja schon in den raum ne okay ich hatte euch das ganz kurz zusammen dann erreicht man noch mehr in dieser folge so da bin ich und die batterie die kommt raus ja sie geht jetzt aus zusatz energie für die tür so kasui kommt jetzt glaube ich ganz einfach hier hoch mit ihrem neuen move ja hier warte mal mit mit anlaub ja ja guck dir das mal an ist auch kein problem und ich glaube hier ist wieder ein mini spiel farben mini spiel gleich wie immer ja nur diesmal ein bisschen anders die lade rampe lade rampen packte wat blackerei wurde lokalisiert spielregeln sind erhältlich falls benötigt jo komm erzähl mal linklies erscheinen auf dem glitterboden auf dem gitterboden der packer muss sie einsammeln und auf die richtige lade rutsche legen bevor sie verschwinden zum abladen stellen sie sich auf die fläche nahe der öffnungen linklies sind schwer je mehr sie tragen desto langsamer werden sie wer fett sein blaue zählen drei punkte grüne zählen zwei punkte rote zählen einen punkt erreichen sie 40 punkte und den bonus um den bonus eines normalen packers zu verdienen okay drei zwei eins los okay muss die dinge also jetzt einsammeln und dann über diese x laufen je mehr ich einsammel desto langsamer werde ich so es gibt hier natürlich mehrere gut niemand laufen kann entweder man läuft bis fast die zeit um ist nur hier rum und sammeln die ganzen fliecher oder man läuft doch mal ab und zu hier rüber haben wir schon über die hälfte scheiß ist weg ja den nehme ich mit den hätte ich auch noch mitnehmen können ja aber ich laufe vorbei nein ja wir haben es aber schon geschaut das war nicht sehr gut das wird gar nichts nein scheiße das war schon mal besser anforderungen wurden erreicht nun wird ein bonus vergeben dankeschön nein ich rede schon genauso wie der heraus teleportiert so wie viel haben wir 54 55 wir kommen gut voran so ich würde sagen wir sehen uns oben wieder auf dem dach so da bin ich wieder und wir gucken uns erstmal hier oben um ich meine wir müssen in alle fenster dann reingeflogen sein komm ich hier hoch warte hier hinten zu irgendwas sprungplatte sprungplatte ist hier damit kommt ich hier hoch so hier haben wir noch mehr fenster in die bereich können hier zum beispiel und das müsste dann jetzt die fünfte etage seine oder als fünfte etage zählen ja ist hier was nein gar nichts storage area one okay guck mal hier haben wir schon was und hier aus komme ich aber nicht dahin oder ne komme ich nicht da hier muss mit kassoui glaube ich hoch springen guck mal jetzt bewirkt was in der vierten etage aber auch nur eine abkürzung okay vielleicht ja nicht rein da also da oben muss ich dann sehr wahrscheinlich wenn ich mit kassoui smooth wann wenn ich mich recht entsinne ich höre ja auch schon wieder so ein hasen wir sehen nicht irgendwie hier ist er da oben ich muss noch stand in die tür er ist im nebenzimmer und ein ginger höre ich auch okay also hier kann ich auch nichts tun dass ich muss da oben lang hier okay gibt es vielleicht noch die story die storage area 2 nein jetzt rennt er schon wieder darunter wie ein fisch okay so gucken wir mal hier rein mhm storage a ach du scheiße die schlucht ah ah kollegen so ah hier ist er der kollege da ist ein schwarzer junjo ist auch hoffentlich echt doch gerade hat er mich nicht angeknüpfen und das scheint sie alle hier geht so hoch was haben wieder so ein stahlträger ist hier irgendwas auf der anderen seite nee verstehe nicht so recht wenn ich hier oben soll hier kann ich aber auch noch nichts tun was ist das? ah da sehe ich das Puzzleteil okay also ich muss hier mit kassoui alleine hinkommen ist die Frage wo sind hier Trennplatten hier oben glaube ich gar nicht so heißt ich hole mir jetzt noch ganz kurz dieses Puzzleteil und dann müssen wir glaube ich auch schon mumbo action machen langsam so hier wird man ja schon gespoilert sogar immer die erste etage denn hier sind Trennplatten direkt vor Ort hier oben so und kassoui holt sich das Puzzleteil ab ja auf dem dach da muss ich hin ah warte ich will einfach den hier machen so hier war das ne sehr gut brauche ich überhaupt den Move? kann ich nicht einfach direkt hinfliegen? ach deshalb ist das Ding hier da ich will mit kassoui da hochkommen ich komme sogar nur mit kassoui da hoch Banjo und kassoui würden gar nicht so hochfliegen nein das kann nicht sein so Banjo kommt mit und dann gehen wir zu Mumbo wir haben seinen Klobo ne? ja wir haben beide ich habe aber trotzdem das Gefühl ich habe irgendwo was vergessen weil wir haben nämlich noch eine Batterie übrig weil ich habe nirgends so eine Station für die gesehen oder ist sie in der vierten Etage? kann auch sein dass das Ding in der vierten Etage ist und ich irgendeine Batterie aus den anderen Etagen mitnehmen muss ich meine so war das naja wir sehen es gleich zwei Globus habe ich auf jeden Fall so hallo Kollege willkommen zurück Bär und Buggel ja ja wir haben Globo du hast einen Kremlin? ja gib den Mumbo sofort okay so oh Gott warte mal wie viele Mumbo-Platten gab es jetzt? es gab nur zwei oder? es gab einmal diese bei der Presse ah stimmt das ist das Ding auf Zeit ne es gab also in der ersten Etage gab es schon mal keine in der zweiten gab es eine bei diesem Magnetisten die sind beide auf Zeit oh Gott das wird ja mega lästig nein ach Gott ich weiß was das ist ja okay dann verwandeln wir uns jetzt schon stimmt denn bei der anderen Mumbo Platte muss ich mit Mumbo den Zauber aktivieren muss dann wieder mit Banjo Kazooie in einer gewissen Zeit zurückkommen und einen Schalter drücken und hier muss ich ach du Scheiße ich muss mit Mumbo das jetzt aktivieren dann mit Banjo und Kazooie zu Humba Wumba muss mich dann verwandeln und mit der Verwandlung muss ich hier wieder herkommen glaube ich und auf diesen Schalter dann gehen okay das wird jetzt äh Hetzerei okay Elektromagnetismus äh ne Elektromagnetimpuls Magnet P-Funktion Selbstreparatur initiiert Magnet ist in 90 Sekunden reaktiviert das sieht nicht gesund aus okay hab 90 Sekunden Zeit muss auf den Schalter jetzt mit der Verwandlung heißt ähm wir machen das mega schnell so muss ich gleich natürlich noch mit Humba Wumba erstmal reden und mir den Klauburg geben ich hoffe die Zeit nicht steht da trotzdem still das dürfen wir hinkriegen wir sind ja flink unterwegs so abzuhren wir Wumba jetzt verwandeln wir uns ganz schnell hallo ich hab nen Globo du hab nen Globo gib Wumba sauber fertig spring in Wumba Becken so und das ist jetzt ne Verwandlung die man eventuell schon aus Banjo-Kazooie kennen könnte da war das so ein Easter Egg und jetzt haben wir's hier wirklich wir sind ne Waschmaschine Wumba das nennen Waschmaschine du betätigst den linken Stick um zu bewegen dich du schießt in viel Unterwäsche wenn du drückst okay oh Gott das hört sich an als ob der krank wäre aber wo ist das Ding oh Gott und lässt sich so ganz schwammig steuern aber guck mal nicht mal die Hälfte der Zeit ist ab okay genau die Hälfte der Zeit ist abgelaufen und wir drücken den Schalter Keller ah da sind die letzten Noten im Keller waren wir noch gar nicht jetzt seht ihr warum weil wir jetzt erst was reißen können wird angerufen hallo ich muss in der Zeit aber nicht in die Tür rein ne ich glaub nicht die Zeit kann jetzt ruhig ablaufen ah die Zeit ist weg okay ich glaub ne aber ich ich muss zuerst das ich muss die andere Mumbo Action erstmal machen glaub ich mal weil ein Hase müssen nämlich noch hinter dieser Presse sein wenn ich mich recht entsinne das ist hier wirklich ne Lauferei also äh ich hol mal ganz schnell Mumbo wieder und dann sehen wir uns oben bei dieser Presse wieder so äh wo muss ich hin hier so hier hoch springen und hier ist die Mumbo Platte ich hoffe wirklich das waren nur die zwei und wir machen wieder Elektromagnet Impuls für die Wandpresse sehr gut die Funktion der Presse selbst Reparatur initiiert Presse ist reaktiviert in 45 Sekunden ja schaffen wir jetzt müssen wir mal mit Ben oh Gott ja das sieht nicht Stormy ist am Werk so das gleiche wieder Mumbo setzt mal wieder auf seinen Thron in dem komischen Honighaus ich mag das Haus hier echt nicht ich fand das aus Benchka Tui äh aus Benchka Tui tausendmal besser auch wenn es sehr minimalistisch war aber trotzdem so nicht vom Blitz getroffen werden und da ist ein Schalter die Wandpresse ist jetzt ausgeschaltet sehr gut so ich meine das hier ist nur eine Abkürzung und ich habe keinen Plan wo ich rauskomme irgendwie habe ich das Gefühl dass ich irgendwo dann runterfalle wenn ich da jetzt reingehe und nicht mehr zurückkomme ok wir haben wieder zwei Wege einmal für Benchka und für Kazui heißt hier muss irgendwer wieder einzeln hoch ah warte mal ich glaube also hier ist auf jeden Fall so eine Station das ist die Frage ist hier auch eine Batterie oder muss ich die Batterie dann von unten holen weil dann geht das wunderbar auf nehmen wir noch den Fahrstuhl der eigentlich wirklich unnötig ist nochmal hier sind nur noch Ploppschuhe ah hier hier hoch ach du nee ich weiß was hier kommt oh nein der Abfluss Kanalisationseingang von Xbox Live getrennt ja guck mal das Spiel kannst du schon selber nicht mehr mit ansehen das hier jetzt wartet eine der nervigsten Missionen auf uns es ist eine ähnliche Mission wie schon in der Klunkerkluftmine mit den Dynamitstangen Achtung die Schlackenhaufen sind in die Kanalisation eingedrungen und blockieren die Ventile neutralisiere sie bevor die Luft verpestet was ok wir müssen jetzt 20 ja Scheißhaufen beseitigen und die sind echt beschissen versteckt ich hab das früher nie hingekriegt man hört die Gott sei Dank auch so also hier kann es jetzt schon mal sein dass ich verkacke ein Viertel haben wir auf jeden Fall schon mal soll ich jetzt schon hoch gehen ja ich geh mal hoch ich würd sagen noch sind wir gut in der Zeit hier ist noch einer irgendwo da hier sind glaube ich zwei oder ist das der Raum ja ganz gemein hier hör ich noch was da oben spricht das Ding nicht noch einer ich geh hier entlang noch sieben da ne jetzt den haben wir hier hör ich noch einen noch vier hier 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 irgendwo hier da oben den hab ich gehört noch drei hier hier kam ich hier war ich schon jetzt wird's langsam nein ich wollte nicht runter hier war ich man ich weiß wo noch einer ist aber ich weiß nicht wie ich da hinkomme nein ich bin wieder runtergefallen hier muss ich lange lang oder nein noch 30 Sekunden hier ist der Staat wieder da ist noch einer sensoren melden die bedrohung durch schlacke wurde neutralisiert ein säuberungsbonus wird vergeben ok das wird am ende noch ganz schön knapp hätte ich den weg jetzt nicht gefunden ok ich dachte ich muss komplett ich müsste komplett woanders lang aber genau den ort hier habe ich gesucht diesen raum das muss ich auch wieder rausfinden warte nicht gern für den weg wieder zurück ok früher ich das hab ich echt nicht hingekriegt hab teilweise auch immer jemanden zur Hilfe äh hergezogen der dafür mich machen sollte ja raus aus dem kacke paradies ok so jetzt ist nur die frage was wartet denn da unten auf mich das weiß ich echt nicht mehr so aber äh das machen wir dann jetzt mal ganz schnell ich hole die batterie aus der zweiten etage die müsste da noch irgendwo rumlaufen ähm und öffne da mal oben den eingang dann sehen wir uns wieder so da bin ich hat tatsächlich länger gedauert als gedacht kabelraum ich weiß was da auch gott ne ich wollte das eigentlich noch in dieser folge machen aber ich glaube das wird heute nichts mehr ja ok so ich muss auf jeden fall noch hierher und ich hallo hä warum geht das nicht hä ok ja so ihr müsst da noch hin und ich würde mich für diese folge schon mal bei euch verabschieden beim nächsten mal eventuell schließen wir dann beim nächsten mal die welt ab weil viel haben wir dann nicht mehr wir müssen dann noch die hasen befreien das hat dann größtenteils was mit der waschmaschine zu tun und äh wir müssen uns noch den keller angucken und sonst äh sind wir dann glaube ich überall fertig also seid gespannt beim nächsten mal gehen wir in den kabelraum rein und schauen mal was sich da so befindet ist ist noch eine nervige aufgabe kann ich sagen ein too ja 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 ja